Ja, willkommen zu unserem heutigen Analysevideo. Mein Name ist Philipp Klinkmüller. Wir starten heute zunächst mit den Themen Forex und mit den Themen Miners. Aus folgendem Grund, denn hier in beiden Updates werden wir nochmal Neuerungen respektive eben Verbesserungen dieser Update-Struktur vornehmen. Beginnen wir mal mit den Minen-Updates. Es ist ja hier bislang auch schon so gewesen, jetzt durch die Umstellung, dass es als Webinar für bestehende Abonnenten zu dem schriftlichen Update hinzugab, respektive eben, ja, vice versa. Und entsprechend dessen habe ich ja jetzt auch in der Vergangenheit eben hier eben alle Titel auch schon im Rahmen des Webinars jede Woche besprochen. Also wir haben ja jede Woche alle Titel uns angeschaut. Das wird auch weiterhin so bleiben, ja, dass wir jede Woche im Webinar alle Titel covern. Jetzt wird aber noch eine andere Neuerung hinzukommen und zwar, dass wir eben hergehen und das schriftliche Update, das ja immer am Montag erscheint seit einer Weile, dass wir das dann eben auch nochmal etwas verändern werden und dort immer jetzt sowohl den GDXJ als auch den GDX, das ist ja fix, der jede Woche analysiert, und dazu aber dann zusätzlich eben statt zwei jetzt drei Minenaktien, das heißt den Turnover des Paketes, jetzt eben auf zwei Wochen erhöhen, denn wir haben ja sechs Minenaktien drin, das heißt, wir sind dann alle zwei Wochen up to date. Hat einfach den Vorteil, wir sind jetzt hier auch näher nochmal an dem Reporting des Geschehens. Also im Endeffekt jetzt mit der Coverage durch das Webinar plus das schriftliche Update, ja, sind wir hier, denke ich mal, kommen wir auch fast schon dem täglichen Update recht nahe, insbesondere daher ja auch diese Werte immer nur zu einem begrenzten Zeitraum jeden Tag handeln. Also da sind sie einfach jetzt in Zukunft noch wesentlich besser abgedeckt, wir werden enger am Markt sein, ich denke mal, das wird für alle hier ein Vorteil sein und können uns dann eben auch die kurzfristigeren Entwicklungen eben auch besser anschauen. Beim Forex-Paket, ja, wird es ähnlich sein, auch da bleiben wir dabei, das wird in den Webinaren so viel abgedeckt wie möglich, das heißt, ich werde auch da jetzt in Zukunft zusehen, alle Werte einmal die Woche eben hier zu besprechen im Rahmen des Webinars und zusätzlich werden wir eben auch dort das schriftliche Update eben entsprechend aufstocken, also schlicht und ergreifend auch einfach eben verdoppeln, die Anzahl der Werte und die hier jede Woche erscheinen und dadurch werden wir auch hier in der Lage sein, eben bereits im Zwei-Wochen-Rhythmus dann eben alle Währungspaare besprochen zu haben. Ja, ich meine, die gleichen Vorteile eben auch hier, wir sind noch näher am Markt dran und können das besser abdecken. Wenn wir jetzt zusätzlich eben, wie jetzt aktuell eben auch im Forex-Paket ja wieder mit drei Trades geschehen, wenn wir da zusätzlich Trades jetzt direkt eingehen, dann wird das natürlich unabhängig davon kommuniziert per Kurznachricht, ob wir jetzt gerade das Update verschicken oder nicht, spielt dabei ja dann keine Rolle. Ja, steigen wir kurz in die Materie ein, da schauen wir uns jetzt auch am besten mal die Märkte an, in die wir jetzt eben auch aktuell investiert sind. Wir haben ja hier den Dollar-Index, den haben wir geshortet, hat zwar den Zielbereich nicht ganz erreicht, aber das hat hier nicht den Eindruck mehr gemacht, als ob er das auch tun wird. Deswegen sind wir jetzt hier schon mal das Risiko eingegangen, sind jetzt hier eben aktuell im Dollar-Index short und erwarten eben hier, wie gesagt, den Anlaufen der Kursregion 88 bis 87 Dollar. Synchron dazu haben wir natürlich den Inversen-Trade getätigt und zwar den Euro-S-Dollar-Long zu nehmen. Auch hier, ja, von den Zielen her, denke ich meine, den Zielbereich an sich haben wir erreicht. Die 4 hätte natürlich hier noch Platz gehabt bis in Richtung 1.15.22, aber der hat hier schon wieder nach oben gedreht und ja, das sah eben auch hier danach aus, wollten jetzt auf jeden Fall mal den Fuß reinstellen, probieren, den jetzt hier mitzunehmen und ja, müssen jetzt einfach eben abwarten, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt. Wichtige erste Hürde, die 1.18.24, wenn er die nehmen kann, dann werden wir sehr wahrscheinlich auch schon direkt die Stops nachziehen und das Ganze dann eben sichern, absichern, das Thema, ja. Jetzt ein sehr riskanter Entry, ja, aber den wollten wir uns auch nicht entgehen lassen, ist der Einstieg im Euro-Britisch Pfund. Das haben wir jetzt nochmal geschortet, haben jetzt hier einen sehr, sehr aggressiven Stop gewählt, weil uns das einfach sonst nach unten eben etwas, ja, zu wenig Chancen-Risiko-Verhältnis gewesen wäre. Wir haben jetzt eben hier einen Stop gewählt, hier über dieses Zwischenhoch. Ich meine, wenn er das hier nimmt, dann kann das eigentlich schon keine impulsive Abwärtsstruktur mehr sein, ja. Von daher haben wir den hier genommen. Wie gesagt, das stand auch in der Kurznachricht drin, die wir versendet haben. Das ist ein Hochrisiko-Trade, absolut. Also da ist die Wahrscheinlichkeit nicht ganz unerheblich, dass wir hier ausgestoppt werden. Aber um es einfach auszudrücken, wenn wir den Shorten wollen, jetzt hier um diese Bewegung mitzunehmen, dann ist jetzt der Punkt gewesen, um es zu tun. Ansonsten muss man es eben komplett lassen. Muss jetzt natürlich jeder für sich entscheiden, ob er den mitgeht. Wie gesagt, wir haben jetzt hier mal den Short angesetzt und werden jetzt abwarten. Wichtig wäre jetzt im Endeffekt hier, dass der Markt sich letztlich hier nachhaltig unter die 90,34 bewegt und dann eben hier unter die 88,90 abfällt. Wenn das der Fall ist, dann sieht das sehr, sehr gut aus, das ganze Thema. Ja, kommen wir zu den Minen. Da gehe ich heute auch nochmal alles kurz durch. Ich meine, das ist auch definitiv spannend, um das alles nochmal unter eine übergeordnete Perspektive zu stellen. Was passiert in den Minen? Im Endeffekt sind die alle aktuell auf Kurs eben hier eine Welle 4 Zwischenkorrektur auszubauen, respektive anders formuliert, sie müssen es hier als 4 ausbauen. Tun sie das nicht, kann man nicht mehr davon ausgehen, dass diese Aufwärtsbewegung nachhaltig war, sprich eben nicht korrektiv und eben dann auch zu neuen Jahreshochs fortgesetzt wird. Das heißt, sämtliche Zielbereiche, die man hier in den Chart sieht, angefangen hier beim GDXJ, hier zwischen 50 und 45, muss gehalten werden. Von dort muss die Trendwende kommen, da drunter. Ist mit einer Rückkehr in den Abwärtstrend zu rechnen. Gleiches Bild auch beim GDX. Hier liegt der Zielbereich aktuell zwischen 36 und 33. Gleiches Bild unter 33. Rückkehr in den Abwärtstrend hochwahrscheinlich. Jetzt kommen wir zu einem Wert. First Majestic, der ist schon in diesem Zielbereich, respektive an dessen Unterseite angelangt, hat es maximal ausgereizt, hat das mögliche Ziel für so eine 4 hier bereits deutlich unterschritten. Hier brennt bereits der Baum. Und auch jetzt mit der aktuellen Zwischenerholung in Silber. Das Ding kommt nicht hoch. Ich muss es nochmal betonen. Wenn die hier wegklappt, dann sieht es für den Titel richtig, richtig übel aus. Denn dann können wir das hier nur noch als Aufwärtskorrektur zählen, weil dann ist das nichts anderes als eine dreiteilige Bewegung und eben kein Impuls. Wir kriegen da auch nicht irgendwie weitere One-Two-Setups oder Ähnliches rein. Es lässt sich einfach dann nur noch korrektiv zählen. Das heißt, wenn der das überleben will, dann müsste der jetzt dem ganzen Markt vorweglaufen, respektive Silber müsste jetzt eben dann auch brutal Gas geben wieder, um diese Aktie jetzt hier mit hochzureißen. Ansonsten sehe ich hier ganz, ganz düstere Zeiten wieder auf den Titel zukommen. Und wenn wir die Unterseite des Zielbereichs verlassen, ich habe es schon mit 45% hinterlegt, dann sieht das richtig schlecht aus. Also aktuell zeigt der auch 0 Gegenwehr hier und kommt hier einfach nicht hoch. Da sind die anderen Minen definitiv noch viel entspannter unterwegs. Kirkland hat hier noch Luft. Das passt ja auch in die weitere Perspektive von Gold. Also da haben wir hier noch genügend Zeit, das hier unten anzulaufen in der 4, den Bereichen zwischen 60 und 55. Wir stehen jetzt bei 63, das ist jetzt auch alles nicht mehr ultra weit entfernt. Also das ist hier gar kein Druck, der jetzt hier passivs drauf lastet. Natürlich auch hier nochmal betonend, egal bei welchem dieser Titel, wenn diese Zielbereiche nach unten verlassen werden und diese Levels nicht gehalten werden können, dann können wir nicht mehr davon ausgehen, dass es sich hier um eine 4 handelt. Es geht nicht. Sprich, dann ist auch hier dieser Aufwärtstrend in Gefahr. Respektive bei Kirkland gäbe es noch ein, zwei andere Optionen, die ich aber aktuell auch nicht für besonders realistisch halte. Ich meine, die Aktie hätte ein bisschen mehr Luft. Da könnte man sich noch vielleicht irgendwie einen abbrechen und sagen, okay, das war doch hier irgendwie 1, 2, 1, 2. Das hat aber nur den Hintergrund, dass es auch die einzige Aktie ist, die ja zwischenzeitlich hier neue Allzeithochs eben ausgebaut hat und sich in Summe in einem realen Aufwärtstrend befindet. Ja, Newman, gleiches Spiel, muss man nichts weiter dazu sagen. Genau das gleiche Szenario. Fresnillo, ähnliches Szenario. Da muss ich allerdings sagen, dass, wenn man das jetzt mit der First Majestic vergleicht, sieht das hier viel konstruktiver aus. Wir hatten hier den ersten Abverkauf. Wir haben jetzt eine ordentliche Gegenbewegung und wir könnten jetzt die C hier runter machen. Also das wäre dann die A, die B, die C. Das heißt, wir könnten hier einfach diese Korrektur sauber zu Ende bringen und der Markt hat oder die Aktie hat halt den Platz dann auch, um diese Korrektur mitzugehen. Und das ist es halt eben, was aktuell eben der First Majestic halt eben abgeht. Die hat diese Gegenbewegung nicht ausgebaut und sich den Raum verschafft. Und wenn die jetzt hier in der C runterkommt, dann hätten wir genügend Raum, um dann hier das sauber abzuarbeiten und dann könnte die von dort aus eben hochdrehen. Also das heißt, die sieht viel, viel besser aus jetzt im direkten Vergleich jetzt mit First Majestic. Ja, wie gesagt, geht gerade so weiter. Agnico auch hier. Situation, auch das sieht konstruktiv aus hier in Richtung, dass das ein guter Dreiteiler werden kann. Dann Barracks sowieso, die macht es auch sehr komplex. Da bin ich zwischenzeitlich sogar an der Überlegung dran, ob das hier nicht eventuell auch sogar alles eine Dreiecksstruktur werden könnte, was dann eben dafür spreche, dass die Aktie das weiter seitwärts abbaut. Dann würden wir das hier unten nicht erreichen, sondern das halt eben jetzt hier in einer Seitwärtsstruktur etablieren, diese vier und dann weiter nach oben machen. Also die hat jetzt aktuell auch nicht den Riesendruck in dem Szenario. Das ist wirklich jetzt aktuell First Majestic, die hier so hart unter Beschuss steht. Ja, dann schauen wir weiter. Gold selbst. Da geht es jetzt einfach aktuell darum, zieht er das hier durch in der B oder nicht. Wir haben uns heute auch im Update kommuniziert. Ich meine, wer jetzt super high risk gehen möchte, der kann hier natürlich jetzt schon long gehen. Stop muss aber unter dieses Low, ganz klar. Uns ist das aktuell ein viel zu großer Stop im Hinblick auf das Chancen-Risiko-Verhältnis. Denn, ich meine, wenn ich jetzt hier eine 50-Dollar-Stop nehme, den brauche ich, dann muss ich halt 150 auf der Oberseite machen. Und dann müsste die schon hier nochmal so mindestens ans 88-7 ja retracen, dass das sich lohnt. Ich muss aber halt davon ausgehen, dass diese B schon bei 1970 zu Ende ist. Also habe ich 70 versus 50. Das ist kein guter Trade-Off. Deswegen halten wir uns da aktuell eben entsprechend von einem Long-Einstieg fern. Ja, gleiches gilt auch für den GLD. Ähnliche Situation. Auch wenn der das jetzt hinbiegen will, muss der auch schleunigst Gas geben. Ja, Silber hat hier in Summe den Zielbereich jetzt ja zweimal auch richtig deutlich nach unten verlassen. Hier auch nochmal ein neues Zwischenlogger bildet. Kommt jetzt aktuell zurück. Das muss jetzt abgewartet werden. Sollten wir hier über 24,60 respektive 24,90, dann wäre auch hier so eine größere Gegenbewegung im Spiel. Ja, und dann müsste man sich eben auch in Richtung eines Long-Einstiegs orientieren. Da sehe ich aktuell aber absolut noch keinen Grund dafür. Da spricht auch die Indikatorenlage absolut dagegen im Moment noch. Ja, da ist Gold auch ein bisschen besser aufgestellt. Aber in beiden Märkten, ja, ich meine, für richtig von Nachhaltigkeit ist da jetzt nicht so viel gekommen. Ja, gehen wir weiter zu den Aktienmärkten. Und da bestätigt sich weiterhin meine grundlegende Primäre, sicherlich sehr bullisch orientierte, aber bislang richtige Einschätzung, was den Dow Jones anbetrifft. Der hat jetzt den zweiten Long-Ziehbereich nacheinander abgearbeitet, knallt hier nach oben, hat jetzt auch hier diese 28,251 nehmen können. Hier dieses letzte Zwischen-High hier, was in der B zuvor ausgebaut wurde. Und ja, wenn er jetzt hier weiter durchzieht, nicht mehr unter 27,531 zurückfällt, dann werden wir A, hier müssen wir wahrscheinlich auch nochmal einen separaten Trade ausgeben. Und zum anderen gehe ich dann davon aus, dass wir hier oben Kurse im Bereich der 30.000 Punkte anlaufen werden in den nächsten Wochen. Ja, ich meine, wer auch den Aktien-Updates von Herrn Kaiser folgt im Hinblick auf die Daueraktien, da läuft es überall sehr, sehr gut. Gilt auch natürlich auch für die DAX-Titel. Das sieht alles gut aus in Summe hier für den Gesamtmarkt. Und ja, ich sehe da aktuell keinen Grund, hier von unserer sehr bullischen Grundperspektive auf diese Märkte abzurücken. Natürlich, das wäre jetzt auch, darf man jetzt auch nicht verschleiern oder verheimlichen, natürlich Restrisiken bestehen hier, gar keine Frage. Ich meine, wir befinden uns aktuell in einem sehr, sehr volatilen Umfeld. Die US-Wahl steht an. Ich meine, man sieht da ja jetzt schon, was hier gerade los ist. Auf der anderen Seite beobachtet man natürlich auch, dass in Deutschland selbst in den absoluten Mainstream-Staatsmedien inzwischen doch etwas andere Töne angeschlagen werden, was die Corona-Krise angeht, respektive was der Umgang mit den Zahlen dort angeht. Das werte ich jetzt mal als positive Entwicklung. Also da scheint doch noch ein Funken Restintelligenz vorhanden zu sein. Aber ja, sicherlich wird uns dieses Thema doch noch weiter beschäftigen in vielen Aspekten. Und das beschäftigt natürlich auch mal primär die Aktienmärkte. Und natürlich das große Ereignis jetzt die US-Wahl. Klar, keiner weiß es, wie es am Ende ausgeht. Aber wenn man sich so das bisherige Thema anschaut, dann spricht jetzt mal aus unserer Sicht, jetzt mal rein so bewertet, sicherlich was den Sentiment angeht, eher mehr dafür, dass Donald Trump wiedergewählt wird, als dass Joe Biden ihn hier ablösen wird. Außer das Ganze eskaliert natürlich noch zu einer Schlammschlacht. Das sind jetzt natürlich die fundamentalen Einflüsse. Denen müssen wir uns auseinandersetzen. Aber ich denke mal, man hat es ja auch letzte Woche gesehen, beziehungsweise diese Woche gesehen, auch mit dem Tweet von Trump bezüglich dem Aussetzen des Corona-Hilfspakets. Ja gut, ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo wir hier standen, war das Ding halt auch hart überkauft. Jetzt hat der Markt das korrigiert. Das hat es sicherlich beschleunigt. Und zack, innerhalb von zwei Tagen sind wir wieder hoch oben, haben ein neues hoch ausgebaut. Also da muss man irgendwann mal einfach mal dazulernen. Fundamentaldaten, alles nett und schön. Sicherlich auch gut dafür, hier mal zwischenzeitlich die Märkte zu verwirren. Aber, ja, wirklich von Nachhaltigkeit geprägt ist das eben meistens nicht. Ja, der S&P 500-Chart, da ist immer noch ein etwas bärischerer Verlauf hinterlegt. Da nähern wir uns jetzt auch diesem Widerstandsbereich. Ich denke mal, das ist auch ganz gut, um das mal ein bisschen in Kontrast zu setzen. Das wäre die andere Option, wenn der Markt jetzt eben hier diesen Bereich nicht durchstößt. Also wir müssen hier im S&P den Bereich 3,440, 3,5 eben überwinden. Wenn er das tut, dann gibt es keinen Anlass mehr davon auszugehen, dass der hier tatsächlich noch mal so weit runterkommt. Und dann hätte eben dieser Zielbereich das ganze Thema eben auch bestätigt und würde den weiteren Ausbruch generieren. Ja, beim DAX ist das ganze Thema nicht so wahnsinnig toll aktuell. Das muss man fairerweise sagen. Also entweder das war die 4 hier mit einer Drunkation und wir ziehen jetzt hier weiter durch. Oder, das hatte ich ja auch vor einer Weile mal gezeigt, da kann ich auch noch mal kurz den Chart rausholen. Der ist zwar jetzt wahrscheinlich nicht up-to-date mehr. Hatte mir den jetzt auch seitdem nicht mehr angeschaut, wobei passt immer noch. Das heißt, das war ja noch meine andere Variante zu sagen, okay, das ist ultra, ultra hyperbullisch, das Szenario. Das würde halt eben bedeuten, dass wir wirklich ein 1,2 Setup nach dem anderen rausgehauen haben. Jetzt hier das letzte gerade so gehalten, aber gehalten und hier wahrscheinlich schon wieder das nächste ausgebaut haben. Also sollte es jetzt tatsächlich dem DAX gelingen, hier drüber auszubrechen, über diese 13.304, dann wäre das durchaus eine Variante, die man eben zusätzlich im Spiel betrachten muss. Und dann würden wir eben wirklich davon sprechen, dass dieser Markt mehr oder minder direkt auf Kurse hier oben 14.8, 15.300 Punkte unterwegs ist. Also das mal im Hinterkopf behalten. Ich meine grundsätzlich auch hier, bullische Ausrichtung sieht man ja auch an den Einstiegen auch im DAX 30 Aktienpaket. Ja, dann kommen wir nochmal zu den Energiewerten. Ich meine weiterhin die Situation, die beim Brand, Entschuldigung, beim BTI, diese Situation hier machbar. Vertrauen wir dem bereits? Nein. Respektive eben auch noch nicht ausreichende Grundlage aus unserer Sicht hier in den Long-Einstieg aktuell zu tätigen. Aber so könnte es gehen. Ansonsten wären wir immer noch hier in einer korrektiven Gegenbewegung und würden eben weiter runterkommen. Gleiches Spiel auch für den Brandpreis. Auch hier die Situation, außer mit dem Unterschied, dass wir hier quasi ein 1, 2 weniger haben, sondern da war die 2 erst hier zu Ende. Beim BTI war es eben hier und wir hätten dann hier nochmal einen 1, 2. Das ist sicherlich auch etwas, was ein bisschen Fragezeichen aufwirft, aber es ist halt am Ende nicht der gleiche Markt. Das Ganze wird auch weiterhin den USO beeinflussen. Für den Moment bleiben wir dabei, der Zielbereich kann hier erreicht werden. Da hat sich nichts daran geändert, insbesondere eben, wenn WTI jetzt seinen Ausbruch natürlich hier nicht schafft. Das wäre natürlich dafür die Grundvoraussetzung. Ja, dann kommen wir noch zu NetGas. Ja, da ist jetzt halt aktuell die Frage, wie es weitergeht. Gestern mal wieder einen starken Anstieg hingelegt. Der Markt ist sofort wieder korrigiert worden, kommt wieder runter. Auch wenn wir uns das hier nochmal im Detail anschauen. Ich meine, das sieht hier halt alles nicht wirklich impulsiv aus. Ich meine, wir hätten hier die Möglichkeit gehabt, das hatte ich ja auch schon am Dienstag erläutert, wir hätten ja 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 machen müssen und daran sind wir gescheitert. Wir sind hier direkt zurückgebrochen, das heißt, das ist eine korrektiv-dreiteilige Bewegung. Das hier sieht nicht nach einer impulsiven Struktur jetzt aus, dass der Markt hier wieder hochkommt, weil das passt ja nicht dazu. Ja, im besten Fall wäre das noch irgendwie die B von der B und wir würden dann in einer C hier nochmal hochkommen. Aber in Summe bleibt hier die Message, das ist eine korrektive Angelegenheit. Und auch im Hinblick, wie gesagt, ich hatte es ja schon öfters erläutert, auf den neuen Kontrakt glaube ich aktuell einfach nicht, dass wir vor dem Rollen auf den Dezember-Kontrakt in der Lage sein werden und dort dann auch erstmal die Korrektur beenden, in der Lage sein werden, hier eine nachhaltige Aufwärtsbewegung im NetGas zu generieren, die dann auch wieder handelbar ist. Wie gesagt, wir sind ja aktuell hier gehätscht und das werden wir jetzt auch erstmal bleiben. Ja, dann gehen wir noch abschließend kurz auf die Kryptowährungen ein. Was tut sich da? Ja, es ist sehr zäh, das kann man glaube ich sagen. Und beim Bitcoin könnte diese Gegenbewegung, die sich aktuell hier formiert, eventuell auch jetzt eine Dreieckstruktur annehmen. Das würde das ganze Thema wahrscheinlich nochmal weiter in die Länge ziehen. Ansonsten ist es momentan hier weder auf die Alternative raus, noch die Primärerwartung raus. Also es ist beides immer noch machbar für den Markt. Und auch diese Variante, dass wir sogar nochmal auf ein neues hochgehen, ist zum aktuellen Zeitpunkt, auf jeden Fall solange wir hier wieder über den 10.200 respektive 9.882 notieren, nicht aus dem Spiel. Bei Ethereum, ja auch hier zähe Angelegenheit, der sieht in Summe etwas bärischer aus, deswegen haben wir ja auch dieses neue Hochthema, das haben wir ja komplett vom Chart runter. Aber auch hier ist jetzt nicht klar, kommt das nochmal hier hoch oder war es das schon? Final können wir diesen Abverkauf dann wirklich eintüten, wenn er hier wieder unter 3.13.81 fällt. Ja, damit sind wir am Ende der Videoanalyse für diese Woche. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum Dienstag.